Wir legen die Körper an den Stahl, in Palikraum, knirschen wie sauerisches Masken. Wieso wird dieser Ort nicht reparieren? Keine Ausflüge auf Ersatzschleuch. Wir wechseln die Farbe, richten uns nach innen. Hier kommt nichts nach, hier wird nichts geliefert. Wir schlafen nicht mehr, haben wir Teilen in den Haaren, gestrieren in den Regalen, die wir wetten werden. Wie ist sein Name? Dieser Small Wohlfahrt bietet man uns eine Krisenluft an. Wie lange leben wir schon in diesem Zustand? Diener kümmern sich um uns, lecken uns sauber, das ist wahre Verbundenheit. Wir sind wie Schimmel, heben vom Boden ab und fliegen ins Nichts. Dieses Haus wird bewacht. Wir, auf der Suche nach einer Geschichte, nach Vorreden, blicken, einer Melange aus dem Eigentlichen. Was ist das? Wo leben wir denn? Ein Brunnen. Wir sind ganz unter uns, mit Sensoren betasten wir das Wasser, verwischen die Linien des Gartens, Blütenbäser fallen in die Idylle. Ich kann meine Zunge hören, der Schlage weint sich an deinen Sensoren, ja, das ist alles wie immer Zitrus, schmecke ich noch, nur keine Haut mehr. Und den Hals ist das Eng, es stehen Kännchen bereit, die kleinen, traurigen Hände hoch, Mischung, Fingerbreit, auftragen, drinnen, vorn, weiter machen. Schlecht mal ein Kotzbein, die Fingernebel auf, Beine entziehen, falsch an, den Obermilch schiebt im Trikot, der Hals entgruset, schlecht, 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 schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020